Ich habe am 1. November einen neuen Job. Ich bin politischer Berater der UBS. Ich freue mich extrem auf das. Ich finde es auch aus Sicht der UBS wirklich gut, dass sie offensichtlich aus der Vergangenheit etwas gelernt haben. Ich habe nicht den Auftrag in Berne für die UBS, irgendwo unterwegs zu sein, als Meldeläufer oder Mandatsträger, sondern meine Aufgabe ist es, in der UBS intern für die Bundespolitik zu lobbyieren und dort die Aspekte reinzubringen.